Es ist da halt die Frage, ob es für euch jetzt beim letzten Mal auch in Ordnung war, dass ich zum Beispiel den Stall nach einem Video gebaut habe und ob es okay wäre, wenn ich dann auch die Burg so bauen würde nach einem Video. Weil ich bin da echt nach wie vor fast ideenlos. Also ich bin schon auf TikTok hin und wieder am gucken. Und da gibt es auch viele, die ja Minecraft-Content zeigen und sowas halt alles, auch im Schnelldurchlauf und so. Und da gibt es schon einige coole Burgen. Aber ich brauche sowas, wo... Der Kleine ist echt kacke zu erwischen. Äh, geh weg. Du kannst jetzt nicht schlafen mehr im Monster in den Essen. Hat der nicht Schipp in der Hand? Okay. Dann gehen wir mal gerade hier runter. So, ich schmeiß mal das Diorit größtenteils wieder hier rein. Das Kalt zieht auch. Baden kann ich ja erstmal da rein. Ich meiß genauso wie die Leinen. Okay, ich glaub die Golems sind gerade aktiv geworden. Oder auch nicht. Knochenmehl und sowas hier hin. Glowstone und Glas hier unten. Genauso wie die Fackeln. Dann packe ich das Diorit kurz mal hier unten hin. Nee, nicht ganz so viel. Ich glaube eins, der kreischt. Hoffe ich mal. Ansonsten können wir ja noch machen. Okay, jetzt sind die Zombies alle weg. Jetzt können wir abhingen. Dann würde ich gerade mal eine Reparaturrunde machen. Da ist das Eisen. Da ist auch noch mehr Glas. Ach Quatsch. Gerade mal die Golems reparieren. Die tun ihr Bestes. Um die Villager hier zu beschützen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Glocke auszusehen wegbaue, wenn die jetzt in dem Turm oben nicht funktionieren sollte? Verschwinden dann die Golems und die Villager alle? Oder kann ich die dann einfach wieder hinbauen und gut ist? Okay, hier rindt kein Golem rum. Die Kiste sah gerade so aus, als wäre sie offen gewesen. Okay. Hier muss ich noch eine Treppe runter bauen. So, der war repariert. Okay. Ja, nicht schlimm. Aber wir haben ja mehr Golems, als wir eigentlich brauchen. Okay, der ist repariert. Da ist der Steinmetz. Und nach wie vor, auch wenn ich es mir wahrscheinlich immer noch nicht glaube, diese Golems sind alle nach und nach gespawnt. Also da ist keiner selbst gebaut. Ist da jemand die Tür geklaut? Aber der geht nicht nach oben, okay. Okay, Golems repariert. Dann haben wir das auch mal gemacht. Die sind immer noch hier an den Häusern. Ja, ihr kriegt bald noch Häuser. Keine Sorge. So, jetzt werde ich gerade mal gucken, dass ich aber auch das Glas einfärben kann. Moment. So. Das Leuchtding tue ich hier hin. Die Frage, geht das oder geht das nicht? Ab. Dann mache ich den blauen und den roten Farbstoff. Okay. Mit der. Und mit der. Okay. Brauche ich acht. Ich kann aber auch acht Glasscheiben direkt machen. Okay. Brauche ich dann mal rot und nochmal blau. Ich kann, oh, ich kann daraus dann Violetten machen. Okay. Mach ich aber erst mal so. Weil die brauche ich. Dann muss ich, glaube ich, doch mal. Bibi. Ach ja, jetzt habe ich die Kisten. Ach ja. Alles gut. Wenn ich das bei jemandem weiß, dann bei dir. Also da wundere ich mich nicht. Keine Sorge. Natürlich reichen sie nicht. Hä? Wann ist das denn jetzt weggegangen? Ach, machen wir einfach alles. So. Jetzt habe ich natürlich die Treppe nicht mit dabei. War ja auch klar. Warum auch? Wenn ich gerade nochmal, es tut mir leid, nochmal ein Pipi-Poising kurz machen. Bis zum nächsten Mal. Okay. chapter 2